Ich sagte, aufstehen, verdammt! Hallo! Oh nein! Anscheinend haben uns Ihre Assassinenfreunde gefunden. Was? Wie haben Sie das gemacht? Moment, ich weiß nicht, wovon Sie reden, aber was immer da unten vorgeht, es hat nichts mit mir zu tun. Sie sind wegen Ihnen hier. Und ich habe Sie sicher nicht eingeladen. Wie ist die Lage da unten? Wir stehen unter schweren Beschuss. Kommt Ihr damit klar? Oder muss ich den Gefangenen evakuieren? Sind noch fünf oder sechs. Wir sind in der Überzahl. Ein paar Verwundete, aber wir kommen klar. Wir kriegen das in den Griff. Verdammt nochmal, Desmond! Konnten Sie das nicht lassen? Ich sagte doch, ich habe damit nichts zu tun. Wie hätte ich Kontakt aufnehmen sollen? Telepathie? Kommen Sie! Ist auch egal. Sie werden bald tot sein. Hier, hören Sie zu. Bedrohung ausgeschaltet. Sieht aus, als würde die Kavallerie nicht kommen. Weiß nicht, Doc. Vor einer Minute sind Sie noch ausgeflippt. Sind Sie jedoch nicht so sicher, wie Sie dachten? Meinen Sie, die kommen mit Verstärkung zurück? Das glaube ich nicht, Desmond. Was Lucy versucht Ihnen zu sagen ist, dass es keine Assassinen mehr gibt, die zurückkommen können. Wir waren sehr erfolgreich im letzten Jahr, haben eure kleinen Enklaven ausgeräuchert, eure Wüstenkommunen und was auch immer. Ich fürchte, Sie sind ganz allein. Ruhen Sie sich aus. Wir bringen das morgen zu Ende. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed. Beim letzten Mal haben wir es geschafft. Wir haben den echten Robert de Sable als alter ihr endlich eliminiert. Und jetzt haben wir festgestellt, dass die Assassinen scheinbar gekommen sind, um Desmond zu retten. Aber wurden wohl vernichtend von den Templern geschlagen. Und hey Lucy, was weißt du da vielleicht noch ein bisschen mehr darüber? Denn wir haben da so eine ziemlich interessante E-Mail auf deinem Computer gefunden gehabt. Ich habe hier buchstäblich meine einzige Chance hier herauszukommen gekillt. Und dann finde ich heraus, dass die Assassinen fast ausgerottet wurden. Und Gott, ich weiß immer noch nicht, was diese Leute vorhaben. Ich weiß nur, dass sie mich töten werden, wenn sie fertig sind. Ich bin am Arsch. Was soll ich jetzt tun? Haben Sie ein bisschen Vertrauen? Sie sind... Vertrauen Sie. Ruhen Sie sich aus, Desmond. Sie werden die Energie brauchen. Oho, Lucy hat ihren Ringfinger eingekrümmt. Und wir wissen doch, so wie es aussah, sah es aus, als hätte sie ihren Ringfinger abgeschnitten. Und das ist ja das Zeichen der Assassinen. Das brauchten sie ja für ihre versteckte Klinge. Das heißt, Lucy ist in Wirklichkeit eine Assassinen und arbeitet hier undercover für die Templer. Und das erklärt natürlich auch die Mail. Sie hat versucht, die Assassinen zu erreichen. Und die haben dann angegriffen. Die Mail lautete ja, wir sind bald da. Tja, aber scheinbar hat es nicht ganz so geklappt. Und das erklärt auch, warum Lucy so traurig ist. Denn sie hat gerade die Leute in den Tod geschickt, mehr oder minder. Gar nicht müde? Nun gut, Lucy. Danke, dass du es wenigsten versucht hast. Aber vielleicht können wir selbst noch was machen, wenn wir dann gleich mal wieder schauen, ob wir nicht noch ein paar Informationen auf Varan Widdigs Computer finden. Wir haben ja beim letzten Mal schon so ein bisschen was Interessantes gefunden. Über ein, ja, darüber, dass nicht alles glatt lief. Auch bei Abstergo nicht alles glatt läuft. Da war wohl irgendein kleiner Vorfall, der in der Presse eher so ein bisschen für Wirbel gesorgt hat. Und ich hoffe, dass Lucy jetzt nicht mehr da ist. Denn dann können wir uns nochmal an den Computern ein bisschen umsehen. Und zack, zack, zack. Na gut, dann schauen wir uns nochmal ein bisschen an den Computern um. Als erstes mal bei Lucy. Vielleicht haben wir da noch was Interessantes. Mal schauen. Ist alles vom 4. September da. Ist was vom 7. September. Konferenzzimmertür. Oho, was ist das denn? Hallo Varan... Oh, Moment. Fangen wir ganz vorne an. Also, von Varan Widdig an Lucy Stillman. Konferenzzimmertür. Funktioniert nicht. Vielleicht ist Remote Access abgestürzt oder so. Können Sie schauen, was los ist? Habe keine Zeit für diesen Mist. Hallo Varan. Der Passcode wurde gestern Nacht geändert. Das passiert einmal die Woche. Haben Sie den neuen? Varan schreibt... Nein. Wie lautet der? Und Lucy? 10, 28, 19, 43. Aha, interessant. Können wir mit dem vielleicht schon... ...diese Konferenzzimmertür öffnen? Das wäre ja auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Ja, Tatsache. Wir können die Konferenzzimmertür öffnen. Na also. Und beim letzten Mal haben wir ja auch herausgefunden, dass hier ein Computer steht. Und dass wir auf diesen Computer mit einem gewissen Code zugreifen können. Den haben wir ja bei Varan Widdig gelesen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Dann lass uns mal gucken, was die hier so Geheimes schreiben. Projektleitung Nummer 9. Okay, wir haben genau eine Mail vom 7. September von Aaron Ricken. Den haben wir ja schon öfter mal in Mails gesehen. Mal sehen, was da steht. Varan. Die anderen und ich haben den Review der Animus-Aufnahmen der Subjekte 12 bis 16 abgeschlossen. Oh. Subjekte 12 bis 16. Ja, wir wissen ja, wir sind Subjekt 17. Während der Edensplitter unsere Priorität bleibt, müssen wir alle damit fortfahren, die verbleibenden Artefakte zu lokalisieren und zu verstehen. Ich bin sicher, dass sie dafür Verständnis haben. Obwohl der Satellit dazu gedacht ist, einen Großteil der Arbeit für uns zu erledigen, müssen wir uns trotzdem um die kümmern, die entweder immun oder irgendwie geschützt sind vor seiner Wirkung. Ach, von diesem Satelliten haben wir doch schon mal gelesen, beziehungsweise auch so ein bisschen gehört. Mal sehen. Also wir haben auf jeden Fall gelesen, dass sie den Satellitenstart verschoben haben. Und dass sie es begründet haben mit irgendwelchen kleineren Problemen. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um unsere Ergebnisse zu sichten und geben Sie uns dann Ihr Feedback. Nachfolgend eine kurze Zusammenfassung. Edensplitter Nummer 3. Wir applaudieren Ihre fortlaufenden Bemühungen nach dem Verlust von Nummer 2 im DIA-Satellitenunfall ein alternatives Artefakt zu lokalisieren. Das haben wir ja von Lucy gehört. Das ist dann wahrscheinlich Nummer 2, ist dann wahrscheinlich der Edensplitter aus Masjaf. Lucy hat ja gesagt, dass er zerstört wurde. Wir verstehen, dass Subjekt 17 Probleme hat. Das sind wir. Sich an den Animus zu gewöhnen, was zu Verzögerungen führt. Als Ergebnis schätzen wir weitere 24 Stunden bis zum nächsten kritischen Update. In der Zwischenzeit bereiten wir ein Rettungsteam vor und versetzen es in den Alarmzustand. Wir verlassen uns auf sie, dass sie die zusätzlich benötigten Infos besorgen können. Er weiß, wo die anderen Objekte sind, auch wenn er es nicht realisiert. Sie müssen die finale Erinnerung freischalten oder alles war umsonst. Ah, hier also nochmal ein bisschen, wird nochmal ein bisschen geschrieben, dass sie sich beeilen sollen, den, ja, Edensplitter zu finden. Dann geht's um ein Philadelphia-Projekt. Daten, die wir vom Animus Subjekt 12 erhalten haben, zeigen, dass sich das Schiff für etwa 18 Minuten in einem zukünftigen Status manifestiert hat. Es ist unklar, ob die Zeitlinie mit unserer übereinstimmt oder parallel verläuft. Obwohl wir genug Daten retten konnten, um das originale, im Experiment verwendete Artefakt zu rekonstruieren und reparieren, hat sich die Verwaltung unter Benutzung paradoxer Bedenken geweigert, das Projekt voranzutreiben. Die Firmenregel bleibt aber bestehen. Alle Objekte, die bewiesenermaßen die Zeit manipulieren oder beeinflussen, müssen erhalten werden. Das Artefakt wird in ein sicheres Lager verbracht. Oha, da scheint doch, Abstergo scheint doch tatsächlich ein Artefakt zu haben, einen von diesen Edensplittern, der die Zeit kontrollieren kann. Uiuiui. Tunguska-Zwischenfall. Mittlerweile wird angenommen, dass dies das Ergebnis eines Angriffs der Assassinen war. Forschungsstation zerstört. Genau wie Artefakt. Die Geräte zur Erzeugung von alternierenden Wellen wurden im Lager gefunden, aber wir haben zur Zeit nicht genügend Daten, um die Forschung zu beginnen. Arnforschung und Personalabteilung sollten versuchen, die Nachfahren der Überlebenden des Angriffs zu finden, entweder Assassinen oder Bruderschaft, um die Forschung fortsetzen zu können. Die Wiederbelebung dieser besonderen Technologie wird uns nach der Aktivierung des Satelliten enorm helfen. Wir stellen derzeit ein Team zusammen, um die Forschung auf diesem Gebiet voranzutreiben. Okay, da ist auch ein Artefakt zerstört worden, vielleicht war ja auch dieses das Artefakt aus Masjaf, wir wissen es nicht. Gral. Wir entfernen den Gral von unserer Zielliste. Es gibt nicht genug Beweise, um seine Existenz zu bestätigen. Die aktuelle Untersuchung von Subjekt 17 deutet an, dass alle Artefakte außer dem Edensplitter, die sich auf Christus beziehen, fiktional sind oder vom Edensplitter stammen. Auch wenn das Objekt real ist, wäre sein Nutzen für uns marginal. Unsere Kräfte konzentrieren wir besser auf andere Dinge. Ah, sie scheinen ja wohl über den Heiligen Gral zu reden. Interessant. Also dieser soll wohl nicht echt sein. Oder kein Edensplitter. Mitchell Hatches Kommunikatoren. Die Analyse dieser Objekte ist beendet. Die gute Nachricht ist, sie funktionieren. Als Ergebnis verfügen wir nun über einen sicheren Kommunikationskanal, den wir nach dem Start benutzen können. Trotzdem sind sie in der Anzahl stark begrenzt und so können wir sie nur unseren wichtigsten Abteilungen zur Verfügung stellen. Sie werden ihren natürlich behalten können. Varin. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass die Sache mit Subjekt 17 zu Ende gebracht wird. Natürlich sind wir erleichtert, dass sie der Zielerinnerung näher kommen, aber sie müssen sich trotzdem beeilen. Alles, wofür wir gearbeitet haben, hängt von der Auffindung dieser Orte ab. Ohne sie haben wir nichts. Möge der Vater des Verstehens sie zum Erfolg führen. Alan Rickon. Interessant. Also wir wissen jetzt, dass scheinbar Abstergo nicht nur an uns arbeitet als Projekt, sondern insgesamt schon an mehreren Projekten zu den Edensplittern gearbeitet hat und auch ziemlich mächtiger hat. Ich meine, ein Edensplitter, der die Zeit kontrollieren kann. Scheinbar haben sie, ja, ein Schiff, ähm, ja, haben sie ein Schiff in eine andere Zeit, ja, in eine andere Zeit verfrachtet für insgesamt 18 Minuten. Uiuiui, das klingt auf jeden Fall ziemlich gefährlich. Weil damit könnte man die gesamte Geschichte natürlich verändern. So, mal schauen, was noch bei Varen so draufsteht. Da, 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 die kennen wir soweit ich weiß schon, oder? Nein, das ist eine neue, die kennen wir noch nicht, aber die hier kennen wir schon, oder? Nein, die kennen wir auch noch nicht, die ist auch neu, okay. Dann schauen wir uns mal an, was in diesen steht. Wieder von Alan Rickon. Varen. Wenn dieser Kerl uns nicht geben kann, was wir brauchen, ist es an der Zeit, uns woanders umzuschauen. Ich habe David aus der Personalabteilung in CC gesetzt. Vielleicht kann er ihnen ein paar zusätzliche Testsubjekte besorgen und falls Desmond in Rente geht. Eieiei. Was da wohl Rente bedeutet? Wenn ich sie erinnern muss, uns geht die Zeit aus. Dieser Mist mit den Fluoriden bedeutet, dass wir sehr genau beobachtet werden. Wir müssen am 21. starten. Warten wir länger? Riskieren wir, dass während der Ermittlungen alles eingefroren wird? Ich habe das Gefühl, dass uns keiner unserer Freunde aus DC hierbei helfen wird. Wir werden uns bei der nächsten Wahl um sie kümmern. Wir haben die DIA-Sache geklärt. Aber es gibt anscheinend so einen miesen Trittbrettfahrer, der Newsgroups und Websites mit seinen Geschichten zu Massenmord und Verschwörungstheorien versorgt. Woher bekommt der eigentlich die Informationen? Ihr Bericht sagte, dass die Projektleitung alle getötet hat, bevor die Reinigungscrews dort ankamen. Ich verstehe immer noch nicht, wie sie das so verbocken konnten. Egal. Wir versuchen jetzt herauszufinden, wer zum Teufel er ist. Aber es scheint schwierig zu sein. Ich beginne mich zu fragen, ob er nicht Hilfe hat. Vielleicht sind doch noch ein paar von den Assassinen-Bastarden auf freiem Fuß. Grundsätzlich reicht ja einer. Aber das wussten sie ja bereits. Ich frage mich auch, ob das Fluorid-Lag tatsächlich ein internes Problem war. Und wenn es so war, haben wir es mit einem Maulwurf oder gar schlimmer zu tun? Oh ja, ihr habt es mit einem Maulwurf zu tun, und zwar mit Lucy. Ich werde auch bald die Sache mit Subjekt 17 beenden. Also beenden Sie mir Ergebnisse, besorgen Sie mir Ergebnisse oder setzen Sie einen anderen in den Animus. Oh, das klingt nicht gut für uns, sag ich mal. Und Sie wollen am 21. starten. Hm, na wer weiß. Und noch Schlagzeilen, mexikanischer Präsident verspricht verbesserte Grenzsicherheit. Da er wegen der Rekordzahlen von illegalen Einwanderern nach Mexiko sehr besorgt ist, hat der mexikanische Präsident heute angekündigt, die Grenzsicherheit zu verstärken. Die Anzahl an der Grenze stationierten Soldaten soll sich verdreifachen. Gegner dieser Entscheidung befürchten verstärkte Feindlichkeiten zwischen amerikanischen Flüchtlingen und mexikanischen Soldaten. Die Kämpfe zwischen den Gruppen haben in den letzten sechs Monaten 300 Todesopfer und 1000 Verletzte gefordert. Ich frage mich, warum das bei Abstergo ist. Liefern die etwa die Soldaten dafür? Möglicherweise. So, hier noch, hier haben wir nur noch mal das Konferenzzimmer. Da übrigens noch eine interessante Sache, wenn ihr mal schaut. 10.28.1943. Das scheint wie ein Datum zu sein. 28.10.1943. Könnt ihr mal schauen, was es mit diesem auf sich hat. Ja, ich verrate es noch nicht. Beziehungsweise, ich verrate es jetzt erstmal nicht. Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr herausfindet, was es mit dem 28.10.1943 auf sich haben könnte. Gut, aber das waren auf jeden Fall eine ganze Menge Informationen. Dann legen wir uns mal wieder hin. Und wir müssen dann wahrscheinlich bald unsere Arbeit beenden. Nicht, dass wir noch getötet werden hier. Oh Gott, was hat das denn zu bedeuten? Das klingt überhaupt nicht gut. Na gut, hey Lucy. Na gut, machen wir weiter. Wir können es ja nicht ändern. Also rein da. Ach, na gut. Dann schauen wir mal, was Altair in Masjav gesehen hat. Nachdem er zu Almualem zurückgekehrt ist. Nachdem er alle neuen Leben genommen hat.